Die Next Factory kann mit ihrer klimaneutralen Produktion zur Musterlösung für andere Unternehmen werden. Diesen Fokus würdigte der Lean & Green Management Award und zeichnete das Werk mit dem Sonderpreis Lean & Green Fabrikneubau aus. Der Name Next Factory steht für die vier visionären Säulen New Energy, New Work, Excellence in Processes und Technology-Türfen. Mit diesem Fabrikkonzept haben wir uns bereits im Jahr 2019 klar zum Thema Nachhaltigkeit und zu wichtigen Zukunftsthemen committed. In der Fabrik werden unter anderem für Mobilität, Energie und Industriebereiche wichtige DC-Komponenten, sogenannte Schütze, produziert. Diese Schütze verbauen wir auch im hausinternen DC-Netz und die erhöhen damit unsere Sicherheit und Verfügbarkeit. Nachhaltigkeit realisieren wir unter anderem dadurch, dass die Next Factory in Gänze ohne fossile Brennträger wie Öl oder Gas auskommt. Das Energiekonzept der Fabrik ist in Gänze strombasiert und enthält neben einer großen PV-Dachanlage, verschiedene Speichertechnologien, auch eines der ersten Gleichstromnetze im produktiven Bereich. Darauf sind wir sehr stolz. Das ist unser Ansatz zur Nachhaltigkeit und mit dem Lean & Green Award im Rücken werden wir diesen auch weiter forcieren. Excellence in Processes ist neben der Entwicklung von Gleichstrom-Schaltgeräten eine der Kernkompetenzen Schaltbaus. Wir bilden seit Jahren intern Lean-Experten und Lean-Praktiker aus, welche uns bei der Optimierung von Prozessen unterstützen und den implementierten KVP-Prozess vorantreiben. In der Next Factory werden wir diesen Weg konsequent weiterverfolgen, um den perfekten Materialfluss, den schlankesten Produktionsprozess und den optimalsten Energieeinsatz zu gewährleisten. Bei der Planung des Logistikkonzepts für unsere Next Factory waren uns drei Kernaspekte des Lean-Managements besonders wichtig. Durchgängigkeit im Materialfluss, Reduzierung von Handlingsstufen und somit die Reduzierung von Verschwendung, sowie die Flexibilität in Form von Skalierbarkeit, der Kapazität, aber auch Performance. Das deckengeführte Schwarmroboterlager in Kombination mit der automatisierten Depalletierung und der automatisierten Routenzugbeladung ermöglichen es uns, alle drei Zielaspekte zu realisieren. Moderne Bürokonzepte wie das Multipurpose Space Office unterstützen die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können aus unterschiedlichen Arbeitsumgebungen die jeweils passende für ihre Tätigkeit wählen. Das Konzept wurde von Schallbaumitarbeitern für Schallbaumitarbeiter entwickelt und wir wagen damit den Sprung weg von meinem Arbeitsplatz hin zu unserer Arbeitswelten und schaffen damit mehr Freiraum für Kreativität, Zusammenarbeit und innovative Produkte. Vielen Dank an das gesamte Team, das mit Engagement und Begeisterung für Schallbau diesen Preis gewonnen hat. keepra mal bei mir. ein schall schall